Schon. Müsst ihr eigentlich zu Weihnachten auch immer vorher, also ich meine, jetzt ist ja noch nicht mehr lang hin, ne? Müsst ihr da dann auch immer aufräumen und so. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du da bist zu Slime Rancher. Ja, ich Slime Ranch hier mal noch eine Runde durch die Gegend. Ich muss jetzt mal gucken. Die Pogo-Früchte da oben nehme ich auch noch mit. Ich möchte nämlich heute den Phosphor-Gordo gerne noch zum Platzen bringen. Und dann mache ich mich jetzt auch... Oh nein! Ach, Menno! Komm schon! Warum plottet der nicht mal? Okay, kann man nichts ändern, ne? Ja, gemein. Na gut. Ähm, ja, den möchte ich nämlich gerne zum Platzen bringen. Das ist eigentlich mein Ziel am heutigen Tage. Und, ähm, ja, ich habe gesehen, die letzte Folge war irgendwie 10 Minuten nur lang, ne? Ich hatte das in der Folge gesagt. Ich hatte vergessen, mir meine Zeitschaltuhr... Ah, ich habe schon zu viele Pogo-Früchte. Ich hatte vergessen, mir meine Zeitschaltuhr zu stellen, nämlich. Und ich habe echt ein schlechtes Zeitgefühl. Ich kann das nicht ändern. Es tut mir sehr leid, dass die Folge jetzt einmal ein bisschen kürzer geworden ist. Aber, ja, kann man jetzt nicht ändern. So ist das einfach. Ich muss hier runter. Das weiß ich wohl. Ich will nur gucken, was hier oben noch ist. Da ist ja noch eine Tür, die zu ist. Wo geht's denn da hin? Okay, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Vielleicht hat er ja einen Schlüssel. Dann kann ich da gleich gucken gehen. Oh, hier ist ja eine Kiste. So. Na, na, Mietz, eine Karotte isst du ja nicht, aber... Also, und einen pinken Plot brauche ich eigentlich auch nicht. So, guck mal, ich habe... Ups, ich habe hier Früchte für dich. Und, äh, ich glaube, das wird reichen. Guck mal, ich habe dem in der letzten Folge ja schon so viel gegeben. Ja, los. Mach schon dein komisches Gesicht. Du bist schon ganz dick und rund. Jetzt platzt er gleich hoffentlich. Quadbären habe ich noch. Oh, guck mal, da kriegt er Herzchen, weil er die besonders gerne mag. Jawohl. Es reicht. Und jetzt sammle ich hier erstmal ein, ne? Ah, hier ist ein Schlüssel. Jawohl. Sehr gut. Komm her, die Phosphos sammle ich ein, bevor ich die Kiste aufmache. Und die mir das dann irgendwie wegschnappen, was da drin ist. So. Ja, den Go-Gockel. Da ist noch eine Pogo-Frucht. Ja, ist jetzt alles nicht so toll. Aber über den Schlüssel freue ich mich natürlich trotzdem sehr. Guck mal, ich werde jetzt hier die Karotten... Davon habe ich nämlich genug eingelagert. Ich nehme lieber einen Steinhuhn. Und das ist nur ein Huhhuhn sogar. Das lasse ich da. Ja, davon habe ich zu Hause selbst genug. Ja, prima. Das hat sich gelohnt. Oh, voilà. Ich muss jetzt aber, bevor ich durch das Tor da oben gehe, muss ich ja mein Inventar leer machen, ne? Sonst... Ups, oder? Sonst kann ich ja aus dem neuen Gebiet gar nichts Cooles mitnehmen. Ich bin schon gespannt, wie es aussieht. Bisher sind die neuen Gebiete ja immer großartig geworden, oder? Hast du schon ein Lieblingsgebiet? Also ein Gebiet, wo du sagst, ja, das gefällt mir am besten. Ich finde jetzt bis jetzt das, wo die Honig-Slimes drin sind am schönsten. Weil das da mit diesen leuchtenden Blumen und so finde ich einfach mega, mega, mega cool. Also ich bin gespannt, was jetzt dann kommt. Da haben sie sich echt coole Sachen einfallen lassen. Und jetzt muss man natürlich mal schauen, habe ich irgendwo noch einen großen Slime übersehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das könntest du mir, falls du das noch weißt, natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich die ganzen Phosphor-Slimes, die brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Oh, da explodiert was. Kann ich die hier abgeben? Ne, zwei und eins davon aber zum Eintauschen. Pass auf, ich mache das anders. Und die sterben dann zwar, aber ja, das ist so. Die brauche ich einfach nicht. Ihr möchtet... Ach, guck mal, ne, das Steinhuhn kommt hier rein und der Gockel auch. Und jetzt sammle ich hier mal wieder ein bisschen ein. So, und ein Huhuhn könnte hier auch wieder rein. Den alten Gockel werde ich verfüttern. So sieht es ganz gut aus. Hier habt ihr Gestrüpphühner. Und den alten Gockel, den packe ich da drüben hin. So, guckt mal, hier habt ihr und auch noch Gestrüpphühner. Okay, und hier brauche ich einen Knall und zwei Phosphor. Ja, komm her, dann mache ich die hier leer. Und da drüben sind ja auch Phosphor, die nehme ich dann auch noch. Und dann kann ich eigentlich wieder auf Expedition schon gehen. Also, ja, zack und zack, zack. Ich habe hier was Cooles. Oka, Oka. Ich weiß nicht, was Oka, Oka ist, aber ich habe das Besitze das noch nicht. Ich weiß bisher noch nicht, was Oka, Oka ist. Irgendeine Knolle. Okay, ich verkaufe mal meine Sachen und werde Oka, Oka anpflanzen. Oka, Oka. Oka, Oka. So. Die Quadbeeren kann ich eh hinten ins Lager schmeißen, glaube ich. Ähm, die Möhren nehme ich dann auch mal noch mit. Oh, ich muss auch die Hühner eigentlich wegsammeln hier. Die Jägerslimes sind nämlich sonst, ähm, ziemlich verrückt, ne? Ah, habe ich gehört. Guck mal, da mache ich die Steinhühner hier. Weil die werden da verrückt in ihrem Käfig. Wenn die sehen, dass hier Hühner rumrennen, die versuchen dann auszubrechen. Und werden ganz aggressiv. Und deswegen lasse ich die jetzt hier mal nicht frei rumlaufen. Sondern pack die einfach auch dem Jägerslime hinten. Guck mal, kann ich doch einfach hier reintun. So. Dann wird der damit gefüttert. Einwandfrei, das hat sich gelohnt, der Tausch, ne? So wenig Plots und trotzdem so viel rausgekriegt. Jetzt mache ich noch die Möhren und die Quadbeeren weg. Also Möhren. Oh Gott, mit Möhren habe ich aber wirklich jetzt genug, ne? Herzbeeren. Ah, die könnte ich mal noch ernten, glaube ich. Ach, ist das alles was. So. Da muss man sich ja auch immer drum kümmern, ne? Ah, ne, guck mal, die sind noch nicht erntereif. Hier ist noch gar nichts erntereif. Was mache ich denn jetzt mit dem Oka-Oka? Das würde ich ja gerne anpflanzen. Hm. Ja, was mache ich damit nur? Was mache ich denn damit nur? Mit dem Oka-Oka. Tja. Ich muss noch was anpflanzen. Es nützt mir ja nichts. Das ist ein Gemüse, glaube ich, ne? Okay, ich guck mal. Jetzt muss ich da hinten noch ein Gehege kaufen. Wie soll ich denn jemals die 10.000 für das Labor zusammenkriegen? Das ist ja eigentlich mein Ziel gewesen, ne? Ja. Reden wir nicht weiter drüber. Es ist bei mir immer dieselbe Problematik hier. Hier Oka-Oka. Ähm, ein Garten kaufen. Ach Gott, naja, 250, da kann ich ja mit um. Oka-Oka ist angepflanzt. Ist Oka-Oka jetzt ein Gemüse, oder? Hier esst ihr Oka-Oka? Ja, die essen Oka-Oka, ne? Oh, oh, ja, Oka-Oka ist ein Gemüse. Einwandfrei. So, jetzt bin ich aber ausgestattet für das neue Gebiet. Ha! Ja, ihr habt sogar noch alle was zu essen. Nur die Plorts muss ich dann bei Gelegenheit mal nochmal einsammeln. Ja, cool. Eine neue Gemüsesorte. Also so langsam ist meine Farm doch schon echt richtig cool. Oh, die sehen ein bisschen säuerlich aus. Ich glaube, die wollen ein bisschen Obst. Kriegen sie dann, wenn ich wieder da bin. Jetzt laufe ich erst mal wie der Wind. Oh Gott, das sieht hier aus, ne? Das sieht aus hier. Mensch, 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 da. Schon. Müsst ihr eigentlich zu Weihnachten auch immer vorher... Also ich meine, jetzt ist ja noch nicht mehr lang hin, ne? Müsst ihr da dann auch immer aufräumen und so. Meine Mama hat immer voll den riesen Hausputz... Äh, ähm... Off hell. Also wirklich. Also richtig extrem. Veranstaltet. Immer. Also so richtig extrem einfach. Und wir mussten dann auch immer unsere Zimmer blitzeblank machen. Müsst ihr das zu Weihnachten auch? Oder... Oder ist das bei euch, ähm... Nee, aufgeräumt reicht. Das muss jetzt nicht klinisch sauber sein. Kannst du es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du Lust hast. Ah, von wo bin ich denn hier? Ach, hier oben. Na, schau an. Na, schau einer an. So, jetzt gucke ich da einfach mal. Da ist doch irgendwas. Oh, die sehen aber böse aus. Die meinen das aber nicht gut hier. Ein alter Gockel, schau. Na, da hätte man auch von da unten reinkommen können. Und ich mache jetzt die Tür auf. Mal gucken, wo ich lande. Mal gucken, wie es aussieht. Und warum wird es überhaupt schon wieder Nacht? Ich habe gar nicht... Stand da jetzt irgendwas, wie das Gebiet heißt? Na, die kennen wir ja schon, ne? Die Slimes hier. Mal gucken. Also es wird ja irgendwo wahrscheinlich wieder... Ach, guck mal, wo ich... Ja, ich sehe, wo ich bin. Da ist wieder so ein Glücksding. Da ist einfach die Tür hinten. Jetzt kann man einmal so im Kreis gehen. Na, das ist ja auch irre. Okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dafür den Schlüssel nicht benutzt. Ich versuche, den zu füttern. Nein, du musst das hier essen. Guck mal. Nahrung keine. Ja, aber wenn der nichts isst, wie kann ich den dann... Jetzt ist er weg. Aber da stand Nahrung keine. Das heißt, der isst ja gar nichts. Wie soll ich dem dann was geben? Das funktioniert ja nicht. Ha, verrückt. Okay. Sehr mysteriös. Schade, ich habe gedacht, jetzt gibt es hier ein neues Gebiet zu erforschen. Gibt es natürlich leider nicht. Aber das macht ja nichts. Ich werde jetzt hier trotzdem... Ich wollte ja eh noch einen Pfützen-Slime holen. Das war hier irgendwo lang. War so ein kleiner Süßwassersee. Auf jeden Fall. Da. Da. Ja. Einen wollte ich nämlich noch mitnehmen. Okay. Auch wenn ich den nicht verpaaren kann. Die Plots bringen halt relativ viel. Schade, 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 oder? Neues Gebiet wäre toll gewesen. Ja, nee, aber dann brauche ich jetzt ja hier im Dunkeln eigentlich auch nicht, weil im Dunkeln ist ja auch immer ein bisschen... Man sieht da nicht so richtig was. Schau mal auf. Ich fliege jetzt hier mal. Oh, bolla. Ach, da habe ich gedacht, da gibt es eine neue Tür. Und was gibt es wieder? Nichts gibt es. Na gut, ist nicht so schlimm. Ja, ihr seid auch ganz knuffelig. Ach so, ich könnte mal hier... Da geht es nach Hause. So. Na, damit ich den Weg auch finde. Oh, bolla. Ach so, da bin ich schon. Hier. Hier bin ich ja schon. Das ging ja jetzt... Aha. Also, ich bin manchmal verwirrt. Die Wege sind teilweise... Ja, ich habe noch nicht so ganz geschnallt, wie was miteinander verbunden ist. Na gut, ist nicht so schlimm. Pass auf. Jetzt packe ich den Pfützen-Slime auf alle Fälle noch rein. Und dann... Du kommst hier hin. Hier ist noch ein Kumpel von euch. So, lasst mich mal erstmal noch eure Plots einsammeln. Und die Pfützen-Slimes packen wir. Und zwei. Sehr gut. Packen wir hier rein. Da hängt das Huhn jetzt fest. Das war schon mal. So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge mache ich mich dann dran und werde mal wieder die Slimes versorgen und verkaufen und so. Mal gucken. Auf wie viel Geld ich dann komme. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, so langsam wird es doch. Aber ich habe das Gefühl, sieht ganz gut aus, auf das ich das Labor nämlich bekomme. Das wäre halt auch richtig cool. Ich danke dir jetzt auf alle Fälle, dass du dabei gewesen bist und zugeschaut hast. Ich wünsche dir noch ein total tolles Wochenende. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Deine Damakasch. Untertitelung. BR 2018